Neuer Tag, neue BVB-News. Heute geht es um Sebastian Haller, seine schöne Ankunft beim BVB und der tolle Teamgeist, der dort auch rüberkam und das auch auf authentische Art und Weise. Ich blende euch hier mal das Video ein, ihr habt es sicherlich bei Instagram schon gesehen, wo Sebastian Haller wieder ins Trainingszentrum beim BVB kommt und die komplette Mannschaft ihn dort empfängt. Also ich möchte auf jeden Fall nicht der Praktikant gewesen sein, der das da wieder aufräumen musste mit dem ganzen Konfetti, aber ich habe mich riesig gefreut, es kam authentisch rüber und das war ja auch toll, dass er das entscheidende Tor geschossen hat. Also es sind auch so Geschichten, das könnte man schon fast verfilmen, oder? Dass Sebastian Haller dort das entscheidende Tor beim Afrika Cup schießt, nach der furchtbaren Geschichte mit dem Auf und Ab und dann eigentlich der guten Rückrunde und dem verschossenen Elfmeter. Wir erinnern uns alle leidgeprüft immer noch dran und wir haben uns alle gefreut, dass er jetzt dieses Tor geschossen hat und auch die ganze Mannschaft, das kam gesagt auch für mich authentisch rüber. Dennoch muss man sagen, gibt es jetzt schon wieder Hiobsbotschaften, denn er scheint wieder mehrere Wochen auszufallen und man fragt sich wirklich, was ist denn da jetzt wieder los? Bevor wir mit den News anfangen, kurz was in eigener Sache, wenn ihr Fußballtalks und Fußballnews mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, ich habe mir die 3300 Abos vorgenommen, ist momentan hier ein bisschen am stagnieren, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das vielleicht wirklich schaffen, also vielleicht nicht mit dem Video, aber vielleicht mit dem nächsten und wenn ihr schon einige Videos hier gesehen habt, würde ich mich wie gesagt sehr, sehr freuen. Ansonsten geht es hier direkt in die News rein, BVB ist da, fällt erneut wochenlang aus und ich werde heute auch so ein bisschen über unsere Ärzte, unsere Teamärzte sprechen, denn dort ist mir so ein bisschen langsam auch so Muster aufgefallen, auch wenn sie jetzt vielleicht an der Geschichte nichts zu verschönen haben, aber gut, gehen wir jetzt erstmal die Sache durch. Verletzungs-Schock bei Halea, Halea verletzte sich im Heimspiel gegen Mainz am Sprunggelenk, reiste auch mit Schiene zum Afrika Cup, jetzt ist die Verletzung wieder aufgebrochen. Komischerweise hat es aber gereicht, um dort Tore zu schießen und auch durchzuspielen, jetzt ist anscheinend doch wieder alles für Dortmund nicht in Ordnung, also das ist, weiß ich nicht. Klar, wenn er wirklich verletzt ist und das da bei der Untersuchung bei rauskam, dass das Ganze doch schlimmer ist als gedacht, dann ist es halt so, aber ja, bitter. Ja, ganz bittere Nachrichten für Dortmunds Afrika Cup-Helden Sebastian Halea, nach Bildinformationen wird der Siegtorschützer der Elfenbeinküste 2-1 gegen Nigeria wieder wochenlang ausfallen. Ja, werden wir sehen, ob das jetzt auch der Fall ist. Bei einer medizinischen Untersuchung am Mittwoch in Dortmund stellte sich heraus, der Mittelstürmer hat sich eine schwere Fußverletzung zugezogen. Inzwischen hat auch der BVB offiziell bekannt gegeben, Haleas Sprunggelenksverletzung, die erst Mitte Dezember im Heimspiel gegen Mainz zugezogen hatte, ist wieder aufgebrochen. Ist das bitter, bereits zum Afrika Cup in seinem Heimatland war er verletzt angereist, konnte erst ab dem 8.500 eingreifen, ist dann halt immer wieder die Frage, muss das dann sein, ja, wenn man weiß, okay, man ist schon verletzt. Andererseits, wie gesagt, kann ich auch verstehen, dass man für sein Land bei so einem wichtigen Turnier spielen möchte und wenn man nominiert wurde und ja, dann auch das jetzt so geendet ist, möchte ich ihm das jetzt nicht ankreiden und verübeln, auch wenn es aus Dortmunder Sicht natürlich wieder absolute Affenkacke ist, ja. Aber nur gut, so ist das. Dann die Märchenrückkehr, Haleas Schoss, die Elfenbeinküste gegen Kongo erst ins Finale, er zieht im Endspiel den Siegtreffer gegen Nigeria. Trainer Edin Terzic und sein Spieler hatten ihn am Mittwoch auf dem Trainingsgelände euphorisch mit Konfetti für den Afrika Cup-Titel gefeiert, hatte ich euch ja jetzt hier schon eingeblendet. Halea wurde von jedem einzelnen Spieler umarmt und gefeiert. Das war wirklich schön mit anzusehen. Der Ivora war sichtlich gerührt. Es sind wirklich viele Dinge passiert und ich war froh, die Jungs zu sehen. Ich hoffe, sie waren auch froh, mich zu sehen. Es war ein herzliches Willkommen. Ja, das war in der Tat so. Dann geht es hier weiter. Jetzt der erneute Rückschlag, der in der vergangenen Saison an Hodenkrebs erkrankte Mittelstürmer kommt beim BVB in dieser Spielzeit einfach nicht in Dritt. Seine Frustbilanz in der Liga 11 Einsätze nur 255 Minuten. Keine Treffer, keine Vorlage. Der Marktwert des Ex-Frankfurters liegt aktuell noch bei 18 Millionen Euro zu seiner Blütezeit. Seitdem der 2019 lag dieser noch bei 45 Millionen Euro. Jetzt muss er sich in der Reha wieder an die Mannschaft herankämpfen. Ja, und es wirkt fast so, wenn man jetzt überlegt, es kann ja jetzt ein paar Wochen dauern. Ja, dann gehen wir jetzt mal von vier bis sechs Wochen aus. Das ist jetzt keine genaue Zahl genannt, aber wenn wochenlang das steht, gehen wir jetzt mal davon aus, dass er vielleicht erst in zwei Monaten wieder spielen kann. Dann ist die Saison fast gelaufen. Und da muss man sich dann halt auch überlegen, ist das jetzt noch tragbar oder nicht? Ja, so ist das Spiel, so ist der Sport. Ich würde ihn sehr, 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 sehr gerne beim BVB weiterhin sehen. Ich würde ihm wünschen, dass er mit uns noch ein paar Titel holt und seine Karriere, wenn möglich, hier auch bei uns beendet. Ja, und wirklich hier noch ein paar tolle Jahre bei uns hat. Es sieht jetzt aber irgendwie alles nach sehr tragischen Jahren beim BVB aus BVB-Sicht und auch aus Sebastian Halleas Sicht aus. Und das würde ich sehr, sehr schade finden, wenn das so endet, denn es war eigentlich mein Wunschtransfer nach Haaland. Der hat mir bei Ajax super gut gefallen, auch gegen uns geknipst. Und ja, hat ja auch in der Rückrunde gezeigt, dass man durchaus auch Recht hatte, ihn zu verpflichten. Ja, dann die tragische Diagnose mit dem Hodenkrebs, jetzt die nächsten Verletzungsprobleme. Alles sehr, sehr bitter. Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh, oder? Wie war der Spruch? Ihr könnt es gerne auch mal reinschreiben und mich verbessern. Ja, mit Halleer ist das sehr bitter. Ich hoffe, er kommt zurück und ich hoffe, er gewinnt mit uns das Triple im nächsten Jahr bei der nächsten Saison. Das wäre doch sehr schön, ja. Der BVB und Halleer, so ein schönes Happy End mit dem Triple, wäre das nicht schön. Unrealistisch, aber man darf ja wohl noch träumen. Ansonsten ja, alles sehr, sehr, sehr schade gelaufen. Aber dann gut. Ich möchte so ein paar Sachen aber auch über unsere Mannschaftsärzte und Physios mal hier loswerden. Denn es ist irgendwie offensichtlich, dass Verletzungen bei uns regelmäßig und häufig wieder aufbrechen oder Spieler komplett über Monate, Jahre nicht einsatzbereit sind. Und wenn man sich fragen muss, wird da wirklich so gut gearbeitet oder nicht? Und das ist auch offensichtlich, dass einige Spieler, wenn sie wirklich was Ernstes haben, dann lieber nach München reisen zu Herrn Wohlfahrt von dem FC Bayern München, anstatt bei unseren Ärzten und Physios sich behandeln zu lassen. Und das spricht ja dann auch Bände. Und ich würde es auch nicht anders machen, wenn ich jetzt Fußballprofi wäre und meine Beine und mein Körper mass Kapital sind. Da muss man sich natürlich auch bestmöglich drum kümmern und das nur mit besten Ärzten. Und wenn das bei Dortmund nicht der Fall ist und die nicht die Arbeit leisten, die möglich wäre und die Physios ebenfalls nicht, dann hinterfrage ich das Konzept. Und ihr könnt es gerne unten reinschreiben und mich wieder kritisieren. Ach, David, hast doch keine Ahnung. Und die leisten da schon vernünftige Arbeit. Also ich finde nicht, dass das da so gut läuft. Allein in diesem Jahr ein Matcher zieht sich in die Länge. Warum wird nicht sofort gesagt, der muss operiert werden? Ein Spezialist, der sagt, Junge, anders geht es nicht. Jetzt zieht sich das hier über Monate lang hin. Und der wird wahrscheinlich auch, wenn man Pech hat, in der Rückrunde nicht mehr auflaufen. Zumindest meine Tendenz geht es so, dass das jetzt noch eine Weile dauert. Ja, dann ein Duran Will, der kam im letzten Winter. Der hat eine kurze Phase gehabt gegen Mainz. Über 15 Minuten, die sahen toll aus. Aber, ja, wenn der dann irgendwie nur 15 Minuten spielen kann in einem Jahr und der keinen Kreuzbandriss hatte, dann frage ich mich auch, was ist da los? Warum gibt es immer wieder die gleichen Problemchen? Und muskuläre Probleme sind sehr häufig bei uns das Problem. Und das kann man auch mit einer vernünftigen Regeneration und Vorbereitung durch die Physios eindämmen. Es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt stark trainiert hat, die Möglichkeit von Eiskammern. Ein Ronaldo geht täglich unter die Eiskammer oder in die Eiskammer. Und ich habe sowas auch schon mal gemacht. Das ist total klasse. Du kannst vorher wirklich total dich auspowern. Du bist danach wieder fresh und kannst im Prinzip wieder trainieren. Und warum wird das zum Beispiel nicht angewandt? Also Dortmund hat genug Geld, um so ein paar Kammern da mal für die Spieler bereitzustellen. Ja, Sauna, Dampfsauna, Wellness, Massage, Physios, Ärzte, die perfekt abgestimmt sind auf das Trainingsgeschehen und wirklich auch speziell auf die Belange von Fußballern spezialisiert sind. Das sollte doch eigentlich vollkommen klar sein. Klar muss es auch einen allgemeinen Mediziner geben für sämtliche Erkrankungen oder wenn auch was Ernsteres im Raum steht. Wie gesagt, anscheinend machen die ja ihre Arbeit auch hier und da in Ordnung. Wie gesagt, ich sage nur Sebastian Haller. Ja, das wurde dann auch sehr schnell dann erkannt. Aber warum ist das dort so? Auch bei Verpflichtungen. Warum wird da nicht besser darauf geachtet, wenn der Medizincheck gemacht wird? Man gibt 30 Millionen für einen Matcher aus, der im Prinzip kaum gespielt hat. Man gibt 16 Millionen, meine ich, für Duran Will aus, der auch kaum gespielt hat. Und hat das jetzt nur damit zu tun, weil die bei uns, wenn sie dann hier landen, einfach nur Pech haben oder nur schlecht behandelt werden? Oder war es auch vorher schon bei denen problematisch? Und hätte man vielleicht auch dort schon sagen sollen, okay, so viel Geld würde ich für den jetzt nicht ausgeben, weil der ist nicht fit, der wird wahrscheinlich ein halbes Jahr mindestens ausfallen oder Probleme haben zurückzufinden mit der Verletzung. Mir fällt auch ein, dass in der Vergangenheit häufiger schon Probleme da waren. Ich sage nur ein Gündogan, der schwerste Rückenprobleme bei uns die ganze Zeit hatte und bei ManCity komischerweise über Jahre durchgespielt hat. Und das liegt, glaube ich, auch an den Physios, an den Ärzten vor Ort und natürlich auch an speziellen Behandlungen, die er ja auch in Deutschland dann angefangen hatte. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht alles schlecht reden. Und klar hat er dann hier zurückgefunden und hat dann hier auch mit den richtigen Behandlungen wieder ins Leben und aufs Spielfeld zurückgefunden. Ja, aber trotzdem ist es doch irgendwie offensichtlich, dass jemand, der bei uns häufig verletzt war, dann bei ManCity super performt in einer sehr, ja, sage ich mal, körperlich anstrengenden Liga, wo man wirklich volle Belastungen spürt, auch noch mehr Spieltage hat als in der Bundesliga. Ja, die haben ja dort 38 Spieltage und nicht nur 34. Also wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel von 20 Spielern bei uns, die immer mal verletzt waren, wo ich sage, okay, bei Rafael Guerreiro sehen wir ja auch, da können dann auch die Ärzte bei Bayern München das nicht unbedingt immer wieder besser regeln. Aber, und viel ist auch Pech, ja, man kann sich das Kreuzband reißen und dann ist man ein halbes Jahr verletzt. Das passiert jeder Mannschaft und jedem Team, egal welche Ärzte auf der Bank sitzen und welche Physios vor Ort sind. Aber es ist doch irgendwie auffällig, dass bei uns irgendwie anscheinend da ein Problem herrscht. Und ich muss sagen, da sollte man auch mal so ein bisschen die Finger in die Wunde stecken und vielleicht gucken, ob man sich da nicht vielleicht auch ein bisschen erneuert oder vielleicht mal wirklich Spezialisten holt, weil ich glaube, die arbeiten bei uns auch nicht umsonst. Und da finde ich, dann sollte man auch gutes Personal dort verpflichten. Ja, das ist vielleicht sogar fast wichtiger als der nächste Topstar, dass man sich dort breit aufstellt und die nächsten Wohlfahrt oder Meier-Wohlfahrt oder wie heißt der, ich glaube Wohlfahrt hieß der, Wolfgang Wohlfahrt oder Meier-Wohlfahrt, kann ich ja mal unten reinschreiben, auf jeden Fall könnt ihr gerne auch Leute vorschlagen. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ich ärgere mich darüber sehr, seht es mir nach. Vielleicht, ich sehe es jetzt schon kommen, wird es einige geben, die sagen, ach David, du quatschst hier ein Mist zusammen, hast du gar keine Ahnung. Die haben da alle Medizin studiert, die wissen schon, was sie da machen. Das glaube ich, das sind jetzt hier keine Quacksalber. Aber ich glaube schon, dass da auch Verbesserungen nötig werden und auch möglich. Und das möchte ich hier nochmal betonen. Das hat mich jetzt in den letzten Jahren schon gestört und die Saison, weil die letzten zwölf Monate ist das auch offensichtlich. Und da Haller jetzt das Thema ist, dachte ich, ergänze ich das hier nochmal ganz gut. Mit dem Gesagten. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bin gespannt, wie Dortmund heute spielt. Ich werde natürlich dann eine Analyse, dann denke ich, am Sonntag hochladen. Und dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Bis dann und tschau tschau.